Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück, eine kleine weitere Folge Minecraft Survival Folge 3, ich glaube 3 müsste das sein. So, wir werden jetzt heute hier mal ein bisschen Erde klatschen. Hier hinten ist ein Schaf, ist eben zugelaufen, aber okay, brauchen wir eh später noch. Wir werden jetzt mal Erde klatschen, wie gesagt, ich habe jetzt hier mal zwei Türen reingemacht und einen Ofen gebaut, mit Schalter. Danke. Zwei Drückplatten, gehen dann die Türen automatisch auf. Hier unser Ofen, da ist jetzt schon Glas drin. Neue Rezepte, ach so lieber Gott. Hier unsere Kiste. So ein paar Provisorien. Unsere Werkbank. Unser Bett. Und das machen wir jetzt mal weg. Glas rein. So. Da würde ich sagen, machen wir hier. Und hier. So, da ist lang für ihn drin. Geht schon recht gemütlich, auch so wie der Licht fällt. Oder das Licht fällt, recht gemütlich. So, dann ist ein Kohleblock, habe ich noch gemacht. Aus kleiner Kohle, ein großer Kohlenblock. Der hält dann, ich würde sagen, genauso lang, als wenn ich jetzt hier einzeln reinschmeißen würde. So. Ähm. Oh oh. Oh komm. Ich packe ich auch so. Ja. Monsterjäger. Monsterjäger. Jawohl. Hier unten habe ich... Oh oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Nein. Scheiße. Du siehst mich nicht. Hoffentlich explodiert er jetzt nicht direkt von an der Tür, ey. Jetzt können wir natürlich nicht schlafen gehen, weil hier vorne Monster sind. Boah. Jetzt habe ich schon gedacht, der Cam. Jetzt habe ich mich gerade selbst erschrocken. So. Die tun wir jetzt gleich schon mal in die Druhe. Das ist mal ein Brot. Aber wer ist so heutzutage, ne? So. Wahnsinn. Habe ich noch keinen gesehen. Ah. Können wir schlafen? Ach. Gott sei Dank. Und wieder ein schöner Tag. In Minecraft Survival. So. Oh. Ist alles noch da, ey. Jawohl. Der brennt so vor sich hin. Peil und Knorren. Sehr schön. Schau in dein Rezeptbuch. Was haben wir denn? Knorren wir. Ah. Da können wir das Getreide schneller wachsen lassen. Gut. Dann fangen wir jetzt hier mal an. Und zwar müssen wir bis hier hin. Warum exportieren die bei mir immer. Schlimm. Ich verstehe es nicht, ey. Na ja. So. Dann fangen wir hier mal zu. Ich hoffe, die Nebengeräusche sind jetzt nicht so sehr laut. So, dass man auch die Musik noch ein bisschen hört. Ich hoffe, es geht. So. Oh. Oh. Leer. Aber das ist kein Problem. Wir kriegen jetzt genug. Man hat jetzt sonst nichts zu tun, als wie Erde zu klatschen. Macht ja auch so viel Spaß. Jetzt sind wir jetzt richtig. Der. Oh. Das soll noch eins. Nee. Das langt. Der Ebene können wir bleiben. Perfekt. Das wird dann später wieder zu Gas. Ja. Und dann kämpfen wir uns mal hier durch. Steigen ist auch gut. Brauchen wir eh noch. Oh. Die Spitzhacke ist hier gerade. Die müssen wir auch schon erhalten. Oh. Hier geht's. Höhlenwanderung. Da freue ich mich schon drauf. Das heißt, wir müssen dann hier wieder auffüllen. Wollen wir später mal gucken. Weil hier in der Mitte, das kommt unser Haus hin. Unser Wuttenhaus. Wenn ich auf die Ebene gehe, ist zu viel. Ist zu viel. Ich kann höchstens später hier hinten noch ein bisschen hoch gehen mit der Erde. Aber das ist zu viel. Wir bleiben jetzt auf der Ebene und bleiben wir jetzt fertig. Hallo Schaf. Ich schwöre nix. Brauchst keine Angst zu haben. Ja, das ist jetzt eine langweilige Arbeit. Terraforming im großen Stil. Du und ich, wir werden Freunde. Ähm, da gibt's später Hammelfleisch oder wird dein Fell. Also die Wolle. Toll. Dann. Wir haben noch unser... Okay. Ja, unser kleines, äh, Provisorium. Sag mal. Äh, wir haben Stein, jawohl. Aber wir haben keine Sticks. Oh, fünf haben wir noch. Schaufel. Ach, wir haben noch eine Schaufel. Und wir haben noch eine Axt. Oh, Gott. So, die kann auch immer da rein. Erde. Bleibt mal hier. Die können wir auch mit rausnehmen. Pfeile. Die können wir auch mal raustun. Da haben wir auf jeden Fall noch genug dabei. So. Pass mal auf. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen zwei. Wir haben noch Holz, genau. So, wir brauchen, äh, wo ist es? Ah, Sticks und... Okay. Gut. So. Und dahin. Pass. Oh, wir können, äh... Na, Komposter bauen. Ist gut. Es gibt gute Erde später für die Pflanzen. Jawohl, da bist du. Aber jetzt passen wir fast. Wir stellen jetzt Zaun. Dann läufst du mir nämlich erstens hier schon mal nicht in den Füßen rum. Mal gerade weg. Mal hier ein bisschen breiter, dass es auch Platz hat. So. Kein Zaun mehr. Aber dann schauen wir jetzt noch so viel. Jawohl. Es reicht noch, zum Glück. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir es irgendwie... ...dann hier runterbekommen. Wenn ich jetzt wüsste, ob der Weizen schon gut wäre... ...dann... ...komm, wir gehen mal gerade gucken. Au, das könnte vielleicht sogar noch funktionieren, ey. Ja, wir müssen später noch eine Treppe runterbauen. Eine anständige, schöne. Und hier hinten dann so eine Mine hinmachen. Ah, der ist noch reif. Der ist noch nicht reif genug. Dann müssen wir es mit Schubsen probieren. Schön. So, scharf. Nee, 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 nee. Nicht weglaufen. Komm, komm hier hoch. Nein. Geh doch hoch. Dann halt nicht. Dann machen wir es so weiter. Müssen wir erst gucken, wenn es... ...dass der Weizen fertig ist. Hier und da haben wir schon mal eine Fackel aufstelle... ...wischen den... ...monstern, wenn wir nachts kommen. Dass die uns gerade so angreifen. Oder spawnen. Oder so. Nehmen wir einen hin. Das hörst du auch schon wieder. Das hat sich nicht so gut angehört. Komm, geh rein. Geh. Ja. Ja. Oh, Gott sei Dank. Wir können schlafen. Ja, was gibt's bei euch? Neues so. Oh, 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 oh. Jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Oh, schnell, schnell, schnell zu. Schnell zu. Ha! Das erste Schaf ist uns. Jetzt bleibt sie hier. Das bauen wir hier später noch größer, das Gehegel. Da kommt ein eigener Schafstall hin. Ein eigener Hühnerstall. Ne Kuhweide. Und so weiter. Das wird alles richtig schön hier. Also, wer sich das jetzt hier antut mit mir, hier 20 Minuten lang zuzugucken, ist hier die Ede-Klatsche. Der ist geil. Der hat's echt verdient, ey. Der hat's echt verdient, ey. Ja, 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 ja. Ich seh alle schon vor meinem geistigen Auge. Alles fertig, schön. Hier haben wir unser Woodlandhaus. Das wird geil. Und rum ein bisschen dekoriert. Die Tiere. Dann später den Hafen mit denen ausgebaut haben. Das wird zwar noch so 175 Folge dauern, aber es ist absehbar. Es ist absehbar. Junge, 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 Junge. Das hätte ich ja eigentlich auch können offline machen. Das machen wir auch das nächste Mal. Wenn das nächste Mal ein größeres Umbauprojekt ansteht, dann werden wir das hier, äh... mache ich dann einen Cut und dann mache ich das offline. Das ist auf jeden Fall besser für euch. Auch zum Zuschauer. Alter, 20 Minuten lang Erde geklatscht. Unvorstellbar. Aber es geht langsam voran. So, das kann man wegtun, das kann man wegtun. Die zwei tun wir hier hin. Dann kommt nämlich eins hier hin. Und eins hier hin. Genau. So, jetzt ist die Frage, wie weit gehen wir jetzt hier hinten rein? Ich würde sagen, bis hier hin. Dann haben wir hier einen zauberen Abschluss. Jawohl. Dann haben wir hier noch eine Stufe. Dann sieht das auch schön aus. Haben wir noch? Nee, haben wir nicht. So, dann können wir eigentlich schon mal fällen. Weil der muss eh weg. Wir setzen ja da nochmal neue. Perfekt. Dann muss ich ja gleich neue Sitzlinge. Der kann auch weg. Jawohl. Das kann man so lassen. So, dann setzen wir hier hinten. Wenn ich dann gleich schon mal einen Baum hin. Dann kommen wir dann hier. Weil wir brauchen dann später noch Bäume. Hier kann man einen hinsetzen. Also wird eh später noch schön mit Bäumen bepflanzt. Und... So, dann können die hier nämlich schon mal wachsen. Ah, komm schon. Zack. So. Wer das auch erledigt. Oh ja, das geht so. Gut. Hier werden wir noch die Kohle rausholen und dann werden wir den Rest zumachen. Weil die Mine soll später hier links auf die Seite. So, jetzt hier wurde der Mauszeiger, den Cursor. Und zwar hier drüben. Und zwar hier drüben. Da soll der Eingang hin. Schön mit so einem Halbrundbogen. Und dann hier über das Plateau ein schöner Weg. Bis hier hin. Und dann hier... Oder bis hier hin. Und dann hier so schöne Brücke rüber. Dass wir hier wieder drauf kommen. Ja, das wird schon. Es wird, aber es dauert. Aber das Wasser, das sieht so mega aus. So. Dann möchte ich gerne noch die Lenya Sophie grüßen. Die Lenya Sophie spielt auch Minecraft. Und äh... Also eine begeisterte Minecraft-Spielerin. Und möchte ich gerne auf diesem Weg mal ganz herzlich grüßen. So, haben wir jetzt noch? Ne. So, haben wir. Sticks. Stiggis. Und zack. Dann machen wir gleich nochmal zwei Schaufeln. So. Dann können wir hier... Wir haben jetzt Erde dabei. Wir haben jetzt Erde. Und zwar machen wir dann hier... Wie viele Sitzlinge? Vier haben wir dabei. Gut. Dann machen wir hier eins. Zwei. Drei. Vier. Dann geben wir uns unser Steinhacke durch. Zack. Und dann... Und dann... Können wir hier reinsetzen. Weizenkörner. So. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier später noch einen künstlichen Strand anlegen sollen. Woher hier ein bisschen zum Baden und zum Schwimmen. Ein kleiner Steg. Wo man reinspringen kann. Hier hinten ein paar Bäume. Dann müssen wir hier aber... Dann müssen wir hier aber... Alles umbauen. Oder fast alles. Naja. Sehen wir dann. Ja. Und hier soll dann die Brücke später hin. Von hier. Sag ich mal von hier. Von der Kante hier aus. Hier von hier. So. Hier rüber eine Brücke. Bis dahin. Das hier wird alles noch begradigt. Später. Hier wird noch ein bisschen aufgebaut. Und dann würde ich gerne hier... Mal gucken hier. Ne. Hier drüben. Ja. Können wir auch von hier rüber gehen. Ja. Ja. Das passt. Das heißt jetzt hier, wo die Kohl ist, dass man dann Backstatt den Eingang mache zur Mine. Und äh... Ja. So ist mal der Plan. Boah, Wahnsinn. Das offene Meer. Ja, wir werden später auch noch auf Reisen gehen. Das sind alles nur Berge hier. Das ist ein Berg nach dem anderen. Wobei, ich hatte schon am Anfang schon gedacht eben... Bevor ich jetzt auf Aufnahme gedrückt hatte... Da hinten irgendwie so... Das wäre ja auch schon irgendwas... Also es wäre schon verlockend. Hier oben drauf. Auf dem Stück. Aber... Da müsste mal irgendwie... Ein Fahrstuhl. Oder ein Wasserfall. Tja. Ne, wir bleiben hier. Vorerst bleiben wir hier. So Freunde, das... Oh weh, schon weit überzogen. Eine kleine Folge Minecraft. Und wir sehen uns in der nächsten Folge nochmal. Ich mache das jetzt hier offline fertig. Also ihr müsst euch das jetzt nicht nochmal antun mit 20 Minuten hier. Oder ja, fast 20 Minuten Erde klatschen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn wir dann sehr wahrscheinlich schon Grundsteinlegung machen. Unser Haus anfangen zu bauen. Aber das sehen wir dann alles in der nächsten Folge. Bis dann. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Fahrt langsam. Passt auf euch auf. Man sieht sich. Allob. Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Tschüss.